Musik Hallo, ich bin Carsten in Lienen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne ein Stück begleiten. Hallo nochmal, ich bin hier auf einer der Teuto-Schlaufen unterwegs und zwar ist das hier die Teuto-Schlaufe Holderdorper. Und diese Teuto-Schlaufen sind Premium-Wanderwege im Tecklenburger Land. Also ich bin quasi ganz im Norden von Nordrhein-Westfalen heute unterwegs. Bin mal gespannt, was mich hier so erwartet. Und wenn ihr Lust habt, kommt gerne mit. Ja und das ist die Quelle Brügge Lied. Wenn man genau hinschaut, kann man sehen, wie das Wasser fließt. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja und zwischendurch kommt man dann hier auch mal übers freie Feld Und wir haben es heute irgendwas über 30 Grad sonst werden Ich schätze mal im Moment so 28 würde ich sagen Und dann durch die pralle Mittagssonne Schon schön warm hier Da freut man sich Wenn man gleich wieder im Wald ist Ich hab's jetzt noch Ungefähr einen Kilometer bis zum Auto Ich bedanke mich fürs Zuschauen Ich hoffe es hat euch gefallen Und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei Bis dahin sag ich Tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal